So, da bin ich schon wieder. Diesmal stehe ich vor der Albertina. Das ist ein Museum. Sie befindet sich in der Augustiner Straße im ersten Wiener Gemeindebezirk. Die Albertina, die beherbergt etwa 44.000 Zeichnungen und rund eineinhalb Millionen druckgrafische Werke. Die ist eine sehr wertvolle, große und kunsthistorische Sehenswürdigkeit. Museum quasi. Und wer sich wirklich für sowas interessiert, deutliches Ja. Der sollte reingehen und es besichtigen. Hier übrigens ist die Augustiner Kirche. Die Augustiner Kirche. Und das hier ist ein Mahnmal gegen Faschismus. Ich geh mal schnell rüber. Okay. Eigentlich sollte ich doch besser den Zebrastreif benutzen, aber hier, ich filme das jetzt mal auf Englisch. Hier also nochmal die Albertina. Ich tippe einfach mal drauf, dass man hier die Treppe raufgehen kann. Das mache ich einfach mal. Hier das Ganze übrigens auch auf Deutsch. Was das Mahnmal betrifft. Ich tippe einfach mal auf Englisch. Hier. Und hier ist gut. Es sind jetzt E-Personen bezüglich einer Besichtigung. Hier auch nochmal die Augustiner Kirche. Ich bin jetzt einfach mal die Treppe raufgegangen. So schaut das Ganze hier oben aus. Und hier nochmal. Und direkt diagonal hinter der Albertina ist die Hofburg. Ich habe aber noch was anderes geplant. Drum gehe ich hier jetzt nicht mehr in den Garten rein. Ich wünsche euch was, gell? Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.